Du musst erst mal richtig eine Maus runtergesetzt. Ich bin da runtergefallen. Was? Alter. Das brauchen wir bei dir. Ja warte mal. Wo kann ich... Das kannst du zivilisieren, oder was? Ja. Ich hab's auf... Was ist... VR empfinde ich kein Bulli, wie er weiß, wie es das Ziel für ein Rohr. Verdical empfinde ich. Hab ich jetzt was Falsches runtergemacht? Controller? Was? Nein, nicht Controller. Allgemein. Du musst Tastatur und Maus einstellen. Ach so, stimmt. Mausempfindlichkeit. Schau mal auf. 2,2 runter erstmal. Oh ja. Welten besser. Ah, voll die Actionmusik. Was war das? Wo bist du? Ja, ich hab auch einen Scope drauf. Alter, das ist echt ein Hubschrauber. Eine Granate, eine Mine. Wie kann man das werden? Ah, ist sogar eine Shotgun dabei. Wie kann man Granate werfen? Warte ich mich nicht, Alter. Bist du grün? Sind wir so ein Squad, oder was? Nee, warte mal. Die heißen anders. Alter, was geht hier ab? Da oben ist jemand gestorben. Das bist bestimmt du. Ah, du kannst mit der Daumentaste auf der Maus kannst du zu einem Hindernis hingehen. Da ist ein gegnerische Hubschrauber. Nee, da ist abgestürzt. Da oben bist du. Ah, okay. Das ist gut. Alter. Wie bist du da hoch, Alter? Bist du so behindert da hoch? Oh, ist ein Tank, Alter. Ich geh hier hoch. Alter, wo bist du? Da unten. Holy shit, Alter. Kann man da irgendwie markieren, oder? Ja, da, da, da. Oh, ich hab einen getötet. Ich schwör auf alles. Und Q ist, Q ist Granate werfen. Glaube ich. Ich wollte ihn markieren mit Q. Alter. Da oben auf dem Dach. Ja, genau. Ausgeschaltet von... Ja, ich will nicht sehen, wie der mich getötet hat. Kann ich bei dir spawnen wieder? Oh, fuck, Alter. Ich hab keine Munition mehr. Ja, warte. Oh, du bist ja wieder geschaffen, weil ich runtergeflogen bin. Bahngelände spawnen. Wir können am Bahngelände spawnen. F. Kann ich dir Munition legen, wie bei Battlefield? Du kannst hier irgendwo... Gibt's so ein Auto. Du kannst Munition aufmunitionieren. Ja, warte. Lass mal zu C gehen. Und da mal richtig reinradieren. Hopp! Alter, was ist das? Entdeckt? Alter! Ja, ich hab den Gegenspionage. Ich hab das kaputt gemacht. Das hat mich verfolgt, das geil häufig. Charlie wird gesichert. Ihr werdet bei B getraut. Bei B. Charlie, B. Bei B wird da reingenommen. Das ist mal D. Nee, B, Hammer wieder. Ja, komm, wer weißt du das? Ja, wo ist B? Nee, C, was ist C? Ja, C, Hammer. Ja, B. Ist mal bei dir. Achtung, verbündet der Präzisionsdurchschlag im Abzug. Da muss der mit dem Kret kommen. Na ja, locker. Na ja, easy. Da musst du erst dann mit dem fetten MG kommen, oder was? Ja, dann mach doch was. Ich muss nachladen. Ich hab dreimal geschossen. Von meinen 100 Schuss. Sorry. Da hinten. Wo kann man die markieren, Alter? Nein, nicht nachladen. Bei A, zu A, Alter. Wie kann ich das aktivieren? Ich muss draufklicken. Wie kann ich... Ah, hier. B, halbautomatisch. Wie kann ich die markieren, Alter? Da hinten ist einer. Du kannst doch von den anderen Waffen einsammeln, gell? Ja, ich hab ja schon die besten Waffen. A rein. Die wird eingenommen. A rein. A, ich kann nicht mal spawnen. A. Ich komm bei dir rein. Alle händen. Alle händen. Ja, dann musst du halt was töten. Ich hab ihn getötet, getradet. Da staunen. Nice. Warte, ich komm bei dir raus. Halt durch. Komm, bin da. Alter, jetzt geht's ab. Haben wir den Punkt jetzt. Hier können wir Munition holen. Ja, ich komm bei dir raus. Wo, 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 wo? Hier, hier in der Kiste. Hier. Bei B direkt. Wo bist du? Komm rein. Hier hinten auf der anderen Seite. Ich war mal einen falschen Typ. Oh Gott. Munitionsreserven voll. Wie kann ich... Alter, da kommt einer. Der staunen. Alter, wie kann ich Ding? Ist so ein scheiß Ninja oder was? Was ist mit dem? Da muss ich auch über aufpassen. Das sind so... Wie bei Battlefields. Überall so Sniper, Alter. Aber du siehst die voll, weil die ist so ne... Weil die halt voll leuchten. Ja. Dann findet der Marschloh Körper gestartet. Wie kann ich denn die jetzt markieren? Das check ich halt immer noch. Äh, ich hab sowas... Ich weiß gar nicht, was überhaupt wird. Alter. Hier sind welche? Hier gehst du halt einfach los, Alter. Warte mal. Ich komm auch. Da ist ein... Der hat die kleine Kanade. Einer von hinten irgendwo beschossen geworden. Da hinten ist ein Sniper. Da liegt eine links von dem Zug, Alter. Oh, also ich bin gleich vom Ende. Warte mal. Wie kann ich denn andere Waffen auswählen? Weg mit dir, Schmutz. Was? Andere, äh, Dinge. Ich glaub, du musst aber die anderen Waffen was freischalten. Ne, ich mein auch anderen Spieler. Ach so, was? Ja, das ist mal bei dir drin. Ach so, was? Ach so, was? Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt, Alter. Der wartet einfach da. Der wartet einfach da. Bei dir, oder? Äh, was? Ich geh dir rein, bei uns im Squad. Ja, ja. Wir gehen auf E gerade. Hast du gewechselt jetzt? Nein. C. Wo ist C? Da hinten? Ja, aber lass mal hier nach E. Lieber auch spoilt ein bisschen. Da unten ist irgendwo einer. Die geiern da immer irgendwo in den Ecken. Da unten ist einer. So, warum hab ich keine Granate? Wo ist die? Ach, Kuh. Alter, ich check den Radarisch durch, wo ich rumbremse, Alter. Alter, mich hat einer getötet. Hä? Ich check's nicht, Alter. Weiter, verbünd. Weitlich. 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 Ja, das war Time. Ausrüstung. Escape kannst drücken. Ausrüstung. Du und so, da hast Spritgegranate. Weitlich. Versöhnlich. Verbündete Infanterie-Panzer, komm. Ähm. Lass mal bei baseballn, oder? Weitlich. Hör's um. ich komme bei dir raus ja das ist halt schon ja das geht mit sicherheit irgendwie aber ich weiß ja nicht wo bist du und muss ich sagen was kommt da hinten da wird das war das hubschrauber er war da geholt wo bist du master killer kommen auf dich jetzt hier ist einer links näher dass man zu e gehen da wird raus können überall jemand sein oder da hinten ist ein tank oder was ist das ja ok so normalen tank wie kann ich was gegen den machen ja ich glaube der stauner what the fuck alle was haben die alles so hardcore waffen alter ja gut die zockt das schon seit jahren wahrscheinlich ich habe gar nicht auf die munition oder was ich habe gar nicht auf die munition ich glaube der tank hat mich gesehen ich mache hier mal stifte mal unfug hier bei bei der luft radarsuche wird gestartet also ich check halt nicht durch achtung hier geht es direkt ab ich habe fast allein eingeholt eingeholt wo bist du raus 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 geht nicht bei mate bei b alter tot ja warte kurz b dann der staats gleich jetzt ja b hat der gegner d haben wir d d Die Schreiner, mach den weg. Ist hier Trendify an oder? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich bin bestimmt noch nicht bei Palo Zuti, Alter. Ach man, hey, ich krieg noch die Schnauze voll. Ich hab gedacht, das war ein Mate, der auf den Gegner geschossen hat. Dabei hat er einfach nur mich getroffen und dann ist die Kugel bei der Wand eingeschlagen. Shit, Alter, komm bei dir rein. Da war irgendwo ein Sniper, gell? Da ist einer, ne, okay. Irgendwo Drohne, Drohne über uns, ne Helikopter. Alter, was ist das, wie kann ich den abschießen? Ach man, fick dich doch. Da oben ein Sniper, wieso weißt du halt, dass man da hingehen kann, Alter? Ja, beim Transporter gehe ich lieber nicht raus, Alter. Ich gehe bei der Mate raus. Aber der ist im Kampf. Ja, aber bei D. Ja, bei D. Ja, ich bin hinter dir direkt. Da war schon angeschossen. Bei D vielleicht. Eine Granate. Da war einer hinten, am Zug. Oh, hier ist der scheiß Tank, Alter. Alle leck. Wir haben gewonnen. Huhu, easy, peasy. Ein easily? Ja, ich bin der Schmerzen. Abonnieren, ich bin der Schmerzen, Verabonnieren, ich bin der Schmerzen. Das ist das. allein noch nicht leer und es posteriode.